Moin Moin Leute und Herzlich Willkommen zu meiner Part Let's Play Together Super Mario 64 Boah, das ist göttlich, ganz ehrlich Ja, wir haben, ja, wir haben, äh, Frozen ist auch wieder dabei Und wir haben aber noch einen, das ist ja klar Ja, André, der ist auf einem anderen TS, also der wird dann ab und zu mal reinkommen und rumgucken Oh Gott, ich hoffe nur, dass das Masen noch irgendwo kommt Haha, ein Schlüssel Du könntest auch gleich mal umdrehen Haha, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller Was war? Hahaha Fick nicht Oh, du springst ins schwarze Mix Boah, das ist ein Big B Ja, wir starten hier bei dem Level Ich sehe schon, wir werden hier immer nicht krepieren Wow Ich weiß etwas, was du vorhast, aber Komm her, mir Komm her, mir Ey Ich sagte, komm her, mir Ah, wir werden so sterben Oh, Ping-Pong Wow Oh, eine Münze Nein Fuck that Oh, du bist so blöd Soll ich dir zeigen, wie das geht? Oh, warte erst SEC funktioniert Oh, Schubsch Namen dinner Oh, Schubsch Oh, Schubsch Look at my Oh, Schubsch Weißt du, ich habe wenigstens gelackt, ne? Ich konnte da nicht mehr lacken, weil du schon das ganze Leben und die ganzen Münzen verbraten hast. Und aufpassen. Oh Mann. Das ist ja aber auch voll die Verarsche. Okay, Genie. Niemals. Ich komme. Da könntest du auch mal machen. Guck mich nicht an. Ich komme. Scheiße. Egal, so bin ich schneller. Und tot. Du bist so schlecht. Alter, dein Maul. Du bist so schlecht. Alter. Wir nehmen jetzt einen anderen Weg, Chili. Wir nehmen jetzt den Weg hier. Wenn ich den aber nicht nehmen will. Nein, nimm's. Nein, nicht. Richtig. Was ist denn da? Und wer weitest du dann halt ein Leben? Nichts. Nichts. Egal. Lass das Leben Leben sein. Nichts. Ach, scheiße. Wir brauchen eine Münze. Chili, wehe. Wehe. Hau bloß ab. Ich hole ein Leben. Okay. So. Warten. Mensch, das ist noch eins, ne? Warte, 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 warte. Hol ein paar Münzen. Ich komme. Okay, warte, 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 wir brauchen Münzen. Warte. Okay. Okay. Schriege du vor. Aha. Wo? Warte, lass mich. Häss, ich sehe hier jetzt nichts. Deswegen. Warte mal kurz. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Und mach, im wahrsten Sinne des Wortes, spin to win. Lauf. Ja. Okay. Okay, wir haben Leben und den Stern. Hol den Stern, hol den Stern. Das fällt nicht runter bei dir. Okay, da kann man noch sterben. Das ist so cool. Alter, wieso? Bulli, sie, Bulli, sie, die Klein. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Ach, sind das die Fücher, oder wie? Ja. Alle klein machen, oder was? Ich sag dir jetzt mal, wie das geht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es die hier sind. Ich glaube, das sind aber die Falschen. Erstmal müssen wir den Kampf hier gewinnen. Wow. Okay, das waren die Falschen. Das sind die drei da hinten. Das sind diese Nicht-Kontrolle, die man dann hat, wenn man... Ich hole noch eine Münze. Du musst überleben. Überleben, Chili. Ich kann die gar nicht schlagen. Ich kann dir nichts machen. Nein! Und tot. Was kannst du eigentlich? Du wirst auch gestorben, ja? Ich weiß. Aber egal, das muss keiner wissen. Fick dich. Cheater. Kannst du die wirklich nicht kaputt machen? Ah, doch. Okay. Aber... Aber... Nimm jetzt in so einem Millimeter-Arbeit. Äh, Chili, du... Versuch mal, auf die draufzuspringen dann nächstes Mal. Dann schimpfst du die auch weg. Bei denen da oben. Ach so, oder wie? Ne, einfach nur draufspringen. Oh! Hey. Danke. Danke. Alter. Das reicht's aber. Danke sehr. Wow. Danke, wie das ging. Versuch mal... Nur auf die draufzuspringen. Spring mal drüber und versuch auf die draufzuspringen. Ah, aber warte mal. Wenn ich die locke, meinst du? Ja, eben. Weil du hast die auf jeden Tag rum. Okay. Ah, fuck that. Oh, fuck. Das heißt warten. Das Level ist einfach der Wiss, weil wir da einfach beide... Damage bekommen. Wie so ein Stück Scheiße, wenn mir irgendjemand Scheiße kommt. Das ändert mich... Wow. So ein bisschen an... Dich. Ganz ehrlich. An mein... Das erinnert mich so ein bisschen an... Ähm... Terranie... Äh, nicht Terranie-Part. Und mein, äh... We-Is-Already-Part. Wo ich einfach mal sag, der ist leicht und am Ende ist das Level einfach mal scheiße schwer. Beziehungsweise der Boss. Warte. Autsch. Los. Oh. Langsam. Ha, ha, ha. Uncool. Uncool. Jutsch in der Schott, Doppelgänger! Hinten müssen neben, ne? Egal, das bekommen wir dich. So ist erst mal guck, dass wir da da gescheit hinkommen. Auf den Linken, auf den Linken. Ne? Den Linken? Ja. Auf den da. Äh. Nee, ich auf... Nicht zusammen. Weil das zu klein wird. Egal, du hast es anbekommen, wie ich ihn. Gott. Ich glaub, das ist... Ja, das ist mit beiden Hanuk. Ah. Schlag, Chili! Schlag ihn! Ich schliff dir nicht! Du bist so schlecht! Das ist doch nichts. Aber warte mal, so! Ja. Die bewegen sich, halt. Die werden nicht einfach auf mich oder sonst. Ah, guck dir so. So kann ich sie maximal schubsen. Ich hab Angst, darüber zu gehen, weil ich bestimmt in die Lava falle. Du musst rüberkommen. Ich kann dir nichts machen. Warte mal, Breakdance? Alter, die schubsen! Ich... Ich... Ich opere mich für dich. Chili, mach was! Ja, genau so! Genau so! Fuck, was Chili! Ja! Das ist mein... Meine große Tat! Was? Kleber, Kleber! Dann werde ich mal so ihn sehen! Nimm den Stern! Nimm den Stern! Shit happens! Alter, ich hab richtig... Ich schmitz gerade richtig. Alter! Scheiße! Scheiße, das ist alles. Okay! Okay! Ach, Achtrote Münzen ist nicht schwer. Schrauben doch die... Und das... Oh! Das Bose-Puzzle. Alter! Kommt plötzlich das große Vieh noch runter. Ah! Autsch! Autsch! Egal, dafür brauche ich dich nicht. Hat keiner gesehen. Toller erst Ego-Sau. Ach ja, das hat keiner gesehen. Ach ja, hallo Leute, hier sind wieder Dark NLP und Banana Brother Chili bei Let's Play Together Super Mario 64. Ja, heute machen wir Foi-Foi-Welt. Das hat ja keiner gesehen, was eben passiert ist. Ich finde die Tür schon. Warte mal, weißt du was, mir gerade auch ein Feld, wir könnten das auch mit dem Hasen machen. Das geht ja nicht mit dem Hasen. Weil der Hasen nicht da ist. Warum ist der Hasen nicht da? Weil der Hasen nicht da ist. Guck, da ist kein Hase. Was hast du jetzt gemacht? Äh, gar nichts. Ach, da hinten bist du. Ach, da. Brauch mal kurz. Ich seh nichts. Ich auch nicht. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ach, da hinten. Ach! Ach.